Die Immortals 2 wurden endlich freigeschaltet und ich möchte ganz gerne schauen, was ich bekommen habe. Hier die Companion Immortals vom Immortals Schatz 1 habe ich ja schon drei, ne vier sogar. Und von den Companion 2, von den Immortals 2 Schätzen haben wir jetzt auch die ersten bekommen. Ich gucke mal kurz rein, was ich bekommen habe. So, Immortal. Da sieht man es, zwei Stück habe ich bekommen. Mehr habe ich bekommen auf meinem Level leider noch nicht. Wir können ja mal einen Blick reinwerfen. Sechs mögliche Sachen gibt es. Basher Blades für den Anti-Mage. Dann für den Faces Void sieht man es und und und. Wir machen jetzt einfach mal auf da. Und zwei sehr oder extrem seltene für Shadow Fiend und die Goldenen Basher für den Anti-Mage gibt es. Schauen wir mal, was wir bekommen haben. Ich habe es für den Disruptor bekommen. Können wir kurz anschauen, wie das aussieht. So, ein Rückenteil. Das sieht ziemlich cool aus, finde ich. Das Raptor spiele ich eh ganz gerne. Von daher ist das gar kein schlechter Gegenstand, den ich da bekommen habe. Also, ihn habe ich schon. Für den Sven, das würde auch ganz cool aussehen. Mal schauen, was drin ist. Ich habe die normalen Basher für den Anti-Mage. Wir können mal kurz schauen, wie die aussehen. Ja, von denen bin ich nicht ganz so schwer begeistert. Da habe ich ja für den Anti-Mage habe ich ja die Manta-Dinge. Manta-Style habe ich für ihn. Und ich finde das irgendwie cooler, als die, ja. Ups. Hat er mir die nicht richtig ausgepackt, oder was? Achso, Paket öffnen. Ich muss das Paket öffnen, bevor ich das nutzen kann. So sieht es aus. Ja, zwei Waffen, die man aber auch oft auf Anti-Mage sieht. Sowohl Basher, als auch Manta-Style. Beide das Items hier auch zum Anti-Mage fassen. Von daher nicht so schlecht. Ja. Ja. Wir können auch mal reingucken. Es gäbe halt noch dann das für ein Faceless Void für ein Sven. Der Tormented Starf weiß ich gar nicht, für wie der ist. Dann Rollo Master, der sieht auch ganz cool aus. Und für Shadow Fiend und die goldene Version. Ähnlich wie es die goldene Version von dem Luna-Schild gibt. Und was Immorto-Schatz 3 bereithält, wird man sehen, sobald wir, ups, 11 Millionen Dollar erreicht haben, glaube ich. Schauen wir mal ganz kurz. Meilensteine. Compendium 3 Schatz gibt es bei, nee, bei 10 Millionen, so rum. Wir sind bei 9,67 und bei 10 Millionen wird der nächste freigeschaltet. Dauert auch wahrscheinlich ein bisschen, bis sie ihn dann auch releasen, aber das sollte ja noch eine Frage der Zeit sein und dann sollte man in den nächsten ein, zwei Wochen vielleicht mit dem Immorto-Schatz 3 rechnen können, wenn er dann rauskommt. Auch ganz cool.